Oh yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Need for Speed Mouse Runted und es tut mir wieder leid, ich hab's im letzten Part wieder geschafft, mein Mikrofon rauszuzerren, wie ich's auch dann noch gesagt habe, kurz danach. Wenigstens, weil ich diesmal so schlau und hab's noch sagen können. Ist ja sonst nicht immer unbedingt der Fall, leider. Aber gut, ich würde sagen, wir bleiben noch bei unserem Wagen. Oh, da müssen wir echt viel Geld ausgeben. Und sonst gibt's halt noch die Bremsen. Komm, die 100.000 können wir ja mal ausgeben. Ist ja jetzt nicht so schlimm. So. Dafür haben wir aber wenigstens dann alles. Und dann können wir das auch gleich lassen. Dann haben wir jetzt maximal, so gut das alles geht, sonst vom Getriebe und was weiß ich her. Ich würde sagen, wir machen heute einfach, können wir nicht einfach gleich sofort. Komm, wir machen einfach unüblich. Wir machen gleich sofort die Radarfallendinger und so. Wir sind ja auch Stufe 4, das heißt... Ist ja gar nicht mal unrealistisch, das auszuprobieren und zu machen. So. Na, natürlich zu langsam. Oh je, ne. Wahrscheinlich ist auch gerade das Rändern fertig, weil es ist gerade so flüssig zum Teil. Ne, es nimmt ganz normal weiter auf. Okay, gut. Zumindest nimmt es normal weiter auf. Das ist das Wichtigste. Wenn ich solche Probleme sehe. Das ist das Problem, wenn ich halt mit Fraps aufnehme. Ich bin mir nie sicher, ob wirklich die Aufnahme so funktioniert, wie sie sollte. Kann ich auch leider nicht direkt überprüfen. So aufs Schnelle. Leider. Dann ist das nicht möglich. So einfach zumindest. So. Schön. Mit 320 geblitzt werden. Wie viel mussten wir denn überhaupt haben? 290. 265. Wir merken uns solche Zahlen mal. Auf jeden Fall vom Getriebe her merke ich bloß so, wir haben die Beschleunigung, aber können später hochschalten und so. Mir bringt hier anscheinend das Getriebe viel, viel mehr als das... ...bringen sollte. Kann man so sagen. 265 kmh sollten jetzt weniger das Problemchen sein. Vielleicht nur höchstens wegen dieser Kurve, aber... Ne. Selbst dann immer noch sehr locker, sehr locker, easy hier... ...einfach mal am Stisseln. Wenn das nächste Mal irgendwelche Probleme sind... ...mit Mikro, dann hoffe ich, dass ich sie schneller erkenne. Ich hab sie wenigstens erkannt und hab dann auch nicht weiter kommentiert. Weil ich wenigstens so schlau war, das heißt, die, ähm... ...Mühen oder die Kosten, die ich mir gemacht habe, waren zum Glück... ...ja. Vielleicht 0, das war... ...das war... ...fass schon der Ultra-Leistung hier. Nicht. Alter, haben sie auch noch dagegen gefahren. ...ja, jetzt machen wir die Drehung. Oh. Ist doch nicht schlimm, wenn ich dann davor wenigstens noch das Dinges machen kann. Oh, Yellow Lamborghini. Das hört sich nicht gut an, dass sie wissen, wie ich aussehe. Na gut. Komm, wir fordern sie gleich heraus. Wir haben ja eh... ...dass haben wir vor uns. 28 Polizeiwagenrammen. 6 Verstöße. Alles kein Problem. Und sonst halt nur hohes Kopfgeld. Sollte an sich gar kein Problemchen sein. So. Die vierte Stufe steigt an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die vierte Stufe steigt an. Jetzt fängt es an, crazy zu werden. Das muss mir doch jetzt wohl nicht wahr sein. Das ist jetzt so einfach entkommen, oder? Sollten auch ruhig mal ein paar Polizisten mehr kommen. Das wäre nicht schlecht für euch. Bitte nicht nochmal diesen Bug. Dass einfach dann gar keiner mehr kommt. Du fährst schön hinterher, aber vorsichtig hier, okay? Oh mein Gott. Sind die da ganz knapp drin vorbeigefahren. Alter. Seid ihr bekloppt? Da wollt ihr mich da wegzehren? Habt ihr das gesehen? So richtig bekloppt, der Typ? Jetzt machen wir noch das Rumrasen. Was weiß ich alles. So. So schnelles Fahren. Fahren am Seite der Straße. Gut. Fahrflucht ist auch eines der Dinge. Das heißt, wenn wir dann einmal rumrasen, dann haben wir eigentlich alles. Das Glück habe ich das gerade so noch gesehen. Okay, hier sollte ich vielleicht nicht das Ding verwenden. Also Nitro meinte ich. Wir haben bald die höchste Verfolgungsstufe vor uns. Das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein, dass gar keiner hinterher kommt. Was ist los mit euch? Gut. Haben wir. Krasen. Gut. Haben wir das wenigstens auch durch. Das heißt jetzt nur noch den Rest. Was haben wir da noch? Als Sachschaden erhöhen. So gut es geht. Kommt, ihr fährt jetzt hier mit. Gut. Da fahren wir auf jeden Fall nach links. Machen wir mal den Rest bisschen kaputt. Da müsste einiges zerstört worden sein. Das ist ein recht guter Move auf jeden Fall. Du musst halt auf jeden Fall noch mehr Polizeiwagen halt erwischen. Und untouchen. Gehen wir in die andere Richtung. Jetzt haben wir wenigstens eine Straußensperre. Also auf jeden Fall eine leicht an Touchbahn. Typen. Alter, das ging aber schnell, den noch zu erwischen. Oh shit, man. Ich bin ja voll der Zerstörer. Oh nein, aua. Ich hab mich ja voll zerstört, Alter. Mit 10.000 Kammern. Und drüben geht's weiter. Ist da doch niemand mehr? Okay. So, fahren wir einfach nochmal weiter. Ich bin mal wieder zurück. Gut. Schön SUV erwischt. Dann hab ich aber auch richtig nice erwischt. Wo haben wir denn? Hier haben wir nicht mal das Dings. Wir fahren den mal an. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh Mann. Bald kommt noch Stufe 5. Das hat der Mike richtig crazy dann. Oh, Fahrerflucht. Ja, aber der hat mich doch da reingerannt. Von wegen Fahrerflucht. Ihr flüchtet vor eurem eigenen Schicksal, ihr Leute. Vor allem diese Rhinos. Kopfgeld haben wir erreicht. Okay. Jetzt noch Sachschaden und untouchen. Highspeed Impact. Ja, also ob wir dich Highspeed erwischt haben. Ja gut. 200 kmh ist schon irgendwie Highspeed, aber für uns in dem Game jetzt nicht wirklich. Das ist ja schon eher Standard. Aber ich dachte, ich könnte damit ein paar mehr erwischen. So. No problem. Ich wollte genau die andere Tests drücken, aber warum denn nicht? Sachschaden geschafft. Oh, den haben wir schon. Als ob. Alter Schwede, seit wann ist es so knapp? Ich gehe noch das größte Risiko, mich hier umzudrehen, Alter. mich unbedingt die hier erwischen möchte. Ich muss noch einen erwischen. Da vorne haben wir die haben doch nicht den doch haben sie. Und tschüss. Das hat er euch gekannt zu haben. Tschüss, Sikowski. Ich weiß gar nicht, dass man hier so runter kann. Durchs Football-Stadion. Was? Das habe ich heute schon total vergessen. Dass das da so geht. Verdammt, das sind immer noch Leute. Verdammt, gut. Genau, das dachte ich mir, dass man dann trotzdem durch kann, weil die nicht Ewigkeiten lang mit ihren Straßensperren bleiben. Was recht dumm ist eigentlich. Aber gut. Ist halt deren Sache. So. Und endlich. Oh, da so entlang. Ja. Und jetzt noch rein. Danke. Richtig rein. Danke schön. Haben wir es also geschafft. Mit übertrieben viel Gesamtkopfgeld. Ganz viel Sachschaden, was weiß ich alles. Okay. Achso, bei uns. Also, Rennestreifen. Ja, genau. Ja, ja. Unser Wagen sieht gut aus. Das ist mir auch scheißegal, wenn wir, wenn wir, wenn das, wenn wir im Rennen dann erwischt werden. Meine Güte. Dann holen wir einfach ab und das, naja, wir machen es halt kompliziert. Ich weiß, man könnte es Zitos mal einfacher machen, indem er einfach, ja, seinen Wagen mal ein bisschen anmalt, aber, das ist der erste mit einem BMW. mit einem der coolsten Wagen einfach in diesem BMW. Oh mein Gott. Das meinte ich. Alle machen. Alle haben es gemacht. Nun kommt ich ja erst recht nicht vorbei. Das war mal interessant. Okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Vielleicht hätte ich doch noch das Ding nutzen sollen. Wie viel Pech kann man denn haben? Das ist eine mit dem Toyota Supra und stößt mich einfach mal einmal an. Nett. Wir kommen schon nach vorne. Oh, da geht es gleich sofort rüber. Tschüss, BMW. Aber BMW sieht halt in dem Game halt schon richtig cool aus. Muss man mal so sagen. die Runde sollte bald fertig sein, oder? Hoffe ich mal. Oder ist das jetzt noch eine sehr, sehr lange Runde und dann machen wir vier Runden? Alter. Das ist ein bisschen heavy. Dann würde dieser Part hier auch noch mal vier Runden. Oh mein Gott, das ist jetzt ein sehr langes Rennen. Auch immer vier Runden lang. Wenn ich das vorher gewusst, hätte ich es ein bisschen anders gemacht, auf jeden Fall. Okay, es geht da rein, das heißt, wir sind langsam da, auf jeden Fall. Plötzlich die Linie. Ja, da vorne. Wahrscheinlich deswegen nie die 100% bei die... Die fahren da durch die Tankstelle und das ist noch so dumm, wie es nur geht. Okay. Warum denn nicht? So. Der andere Knallinfarkt hat gegen die Wand. Alter, guck dich das an. Ich kann echt nicht fahren. Ja, so muss man mal echt mal fahren. Schon noch am Wagen vorbeigedriftet. Alter, wie das so aussehen muss. Wenn so ein normaler Fahrer, wenn so einer noch an dir vorbeidriftet und er sich so ein Dings, musst du dir echt schon so denken. Krass. Kann ich mir gar nicht mal vorstellen, wie extrem geil oder wie komisch das wäre. Je nachdem halt, wie man sieht natürlich. Gut. Das haben wir auf jeden Fall locker. Boah, die Kurse sind echt lang. Also dieser Rundkurs ist echt übelst lang, um es mal so zu sagen. Mal sehen, ob wir überhaupt im nächsten Part überhaupt so gut wie alle durchbekommen. Ich glaube nämlich nicht, wenn die so lange sind, die Rennen, dann haben wir es ja fast schon vergessen. Naja, na gut. Was denn? Nein. Aus. 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 Du überholst mich nicht. Aus. Sag ich ja. Überholst mich nicht. Zumindest nicht so. Zumindest nicht, wenn ich es nicht will. Wenn ich einen Fehler mache, dann darfst du mich ruhig überholen. sowas wie das da hier. Weil dann ist es halt eher so eigene Schuld. Hätten wir ja ausweichen können. Aber wenn man halt alles Nitro wieder dafür... Ach du Scheiße, Mann. Was war mal ein Drift? Wie ich den da eigentlich reingedrängt habe, Alter. Hatte echt gar keine Chance mehr. Ich wollte schon sagen, was passiert hier. Was ist das denn? Rennen. Das ist ja voll das Ausnahme. Au. Rennen. So. Da sind wir mal sogar voll gut durchgekommen. Also wenn wir noch den Rest recht gut fahren, sollten wir so langsam an den Typen nach vorne dran kommen. Auf jeden Fall bei Start auf jeden Fall den Speedbreaker nehmen, weil da kommt man besser durch die Tankstelle und auch besser durch Ziel. So gesehen der Tipp für die kommende Runde und wenn man ins Ziel reinfahren will. Gut. Wir kommen langsam echt gut dran. Wenigstens ist eine gute Sache. Oh. Mann. Die fahren aber auch genau alle rein. Die fahren echt alle genau rein. All die KI-Leute. Also die anderen NPCs. Machst du jetzt dasselbe mit mir, so wie ich es vorhin mit dir gemacht hab? Nein. Ich überhole dich einfach. Und knall dir einfach einen Wagen vorne drin. So macht so macht es Miro halt. Der nimmt Unschuldige und stellt sie einfach im Weg, Alter. Und bekommt es einfach nicht hin zu überholen. Selber schuld. Den hat aber gut erwischt. Wenigstens haben wir ihn überholt. Wenigstens etwas. Oh Mann. Was? Wir können nochmal die Tankstelle im Weg stellen. Aber jetzt fahren sie erst recht noch schlimmer dagegen an. Die Tankstelle des Grauens oder wie? Nicht die Tankstelle ihres Freunde ihrer Wahl oder ihr irgendwas Dingens. nein. Die Tankstelle ihres Grauens. Anscheinend, weil ich einfach den Rest mega übelst weggehauen hab. Wetten, die bekommst du jetzt nicht hin? Na, die... Oh Mann. Der eine, habt ihr gesehen, wie der... Der wollte durchfahren und hat einfach plötzlich eine Mega-Drehung gemacht. Und ja. Ist vorangefahren. Wahrscheinlich, weil wir halt so weit vorne dran sind. Das hat die KI irgendwie immer im Blut. Einfach zu cheaten. Einfach total unfair zu sein. Ja gut, dafür ist halt meistens der Spannungsfaktor immer sehr oft da, aber trotzdem, man fühlt sich manchmal doch als Fahrer doch ein bisschen angekotzt, wenn man das sieht. Das ist schon ein bisschen traurig, dass das halt so ist. Jetzt bin ich hier sogar einmal richtig gut durchgekommen und hab jetzt sogar mal richtig viel Speed mitgenommen. wenigstens ein einziges Mal. So. Mann, ich will meinen Porsche. Das wäre so geil, einfach den Porsche dann zu haben. Oh. Einfach den Mega-Wagen. Ich weiß, man könnte auch, glaube ich, den Porsche GT2 haben. Wie auch immer das hier heißt. indem man einfach davor, glaube ich, das Ding durchmacht. Aber, nee, braucht man nicht. Ich glaube, man könnte den auch im Karrieremodus dann haben, ne? Wahrscheinlich vor, denn noch den im Karrieremodus und dann, oh, und dann auch mit allem auftunen. Alter. So was müsste man mal machen. Dann hätte man wirklich einen Mega-Ultra-Wagen. Ich glaube, der würde dann richtig hart fetzen. und gleich sind wir durch. Jetzt noch einmal einlenken und dann haben wir es wirklich durch. Oh, schön. Bam. Gut, dann sage ich doch mal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart, bei Let's Play Need for Speed Most Wanted und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank und ciao.